Ein Ton kommt aus der Stille. Ein zweiter, es hält sich dazu. Ein zweiter, es hält sich auf Dresden. Ja, wir dürfen wieder im Kiental unseren Kurs geben. Und wir freuen uns sehr, wieder zusammen Musik zu machen, aufeinander zu hören und miteinander zu kommunizieren. Darum kommt doch mit ins Kiental vom 13. bis 18. Juli mit eurem Instrument, eurer Stimme und eurer ganzen Spiellust. Hey! Untertitelung des ZDF, 2020